Ja, können wir einfach mal starten. Ja, sollen wir eine reinlassen? Hm, können wir mal machen. Lassen wir das Medium mal rein? Ja. In unsere Herzen. So. Warum habe ich jetzt wieder ein zu kleines Bild? Ich kriege die Krise. Ach, ja mei. Ah ne, jetzt habe ich ein richtig großes Bild. Ist okay. Alles gut. Nicht passiert. Ah, wunderbar. Bewahren Sie Ruhe. Okay, dann, ähm, nicht neues Spiel. Wir gehen auf weiter. Das ist toll, ne? Ja. Hm. Finde ich auch. Probens. Hoch. Hoch. Äh, Kreuz. Stand ich hier im Dunkeln, ey. Was? Äh. Ja, lesen müssen wir das ja nicht. Achso, deswegen stand ich im Dunkeln. Okay, wo war man denn zuletzt? Was haben wir denn gemacht? Ich erinnere mich nicht. Ich auch nicht. Hatten wir in den Schwind geguckt? Ja, da stand genau das. Okay. Das hatten wir auch gesehen. Da ist nix. Da ist nix. Wo sind wir denn hier? Da geht's nicht weiter. Ah, hier hoch mussten wir da nicht hin. Ich hab aber gar keine Ahnung mehr, was wir machen mussten. Da hinten leuchtet irgendwas so aufhändig. Aber ich geh erstmal in die andere Richtung. Ja, vielleicht gibt's ja ja auch bei euch und so. Genau. Und dann zu sehen, dass da eine Mauer ist. Was sagt das? Oh oh. Achso, das war doch, an der Stelle war man da auch schon. Ja, wo doch da hinten das gesehen hat, dass wir da dran möchten. Und dann aber ich bin dran. Genau. Genau. um die tür da aufzumachen wo die kette davor ist ja diese hier genau die da ich habe nichts ja das kenne ich story of my life ja ähm deshalb sind wir zurück gegangen um dann im spinnt auch nichts zu finden moment das war mit dem spiegel da war da auch was da war auf jeden fall vorher nicht kaputt und dann ist er kaputt gegangen aber was damit jetzt genau war weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr ah ja ok jetzt sind wir sie schweig schweig ja da lief da gerade jemand am spiegel vorbei oder waren wir das ich blicke das nicht wie spiegel funktionieren ich finde das unglaublich so spiegel ich bin ich mich physikalisch aus ja ich glaube auch ja war erst eichhörnchen suchen da ist aber irgendwo eins auch kein fall erst mal drauf wo ist das ein geschrei dahinter kann ich auch nicht gehen wir müssen wohl die treppe ich wollte auch noch meinen Hörgang schnell weit weg nicht die mama wer war das denn jetzt noch mal da na ehrlich gesagt sagt mir das gott nix ich weiß es nämlich auch nicht ich bin schon wieder sehr verdächtig und bekannt kommt er mir auch nicht vor ne er ist trappte er das ich weiß ein neues name bett man hat das sind in der wäse 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 aber du kannst auf jeden fall das rasiermesser benutzen um den da in freund so x gegen stadt auswählen macht er nicht vielleicht ist das der falsche gegenstand hast du ja noch was anderes aber vielleicht finden wir ja noch was anderes also aber es hätte gut gepasst mit dem eigentlich schon noch jetzt auch so gedacht folge der geister spur schick über der seele fort ja spitz vielleicht funktioniert er jetzt vielleicht muss man erst einer packen weiß man mit dem taschenmesser meint so mit jenny bb genau das meine berlin okay you out of their right promise nee na gut dann bleibt doch da egal Wo war denn? Okay, ist das die Geisterspur? Ich weiß nicht. Äh, hier ist was. Irgendwas matscht da rum. Oh, guck mal, das ist auch überall gleich. Motten sind... Oh nein, guck mal, die ganzen Gesichter, oh mein Gott. Da war was, da konnte ich doch was machen. Ein Stückchen nach links dann. Ja, ja. Na ja, Rasiermesser. Ja, wir wollen die Motten aber nicht jetzt da auslassen. Ja, müssen wir wohl. Oh nein. Oh, das ist echt eklig, ey. Wenn du durch so einen Alien schneidest. Ja. Ja. Okay, jetzt ist da offen, aber wir haben Motten. Mhm. Ich krieg die Motten. Oh, aber hier war Ereignis. Ja, können wir ja. Nimm alles, was du kriegen kannst. Jetzt kannst du ja diesen Kreis da um dich herum machen. Oh, da brauchen wir auch wieder einen Spiegel. Nee, würde ich aber nicht machen. Warte, dann gehst du raus. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich wollte nur zeigen, dass ich es gesehen habe. Oh. Oh. Ja, ja. Dann darf man wahrscheinlich dann erst mal durch den Spiegel. Aber ich würde erst mal gerade so die Kugel drumherum machen. Und da zu den Motten hergehen. Vielleicht. Vielleicht. Eventuell. War das hier, das war es nicht. Moment, wo war denn die da? Ich dachte, jetzt würdest du wegen dieser Blase nicht durch die Tür passen, nicht? Ich habe gar keine Motte mehr da. Haben die gerade getötet? Keine Ahnung. Die. Die. Ich weiß ja nicht. Ich finde das sehr unheimlich, diese ganzen Gesichter da. Oh, wir haben jetzt diese Maske. Sonst noch was? Nee. Da oben ist noch ein Fahrrad. Oder ein Rollstuhl. Oder so. Wahrscheinlich eher das. Okay, hier komme ich wohl sonst nicht mehr weiter. Wir sollten hier die Maske finden. Ja gut. Die brauchst du auch bestimmt, um den Bernhard zu freien. Hm. Ich denke auch. So, ja, okay. Dann müssen wir wohl den Spiegel mal... Spiegel. Ach, guck mal, da ist noch was. Rechts. Oder was? Oh je, oh je. Nee. Ähm. Nee. Sind wir hier entlang? Ich weiß gar nicht. Kamen wir von hier? Ich glaube, wir kamen von da. Ähm. Aber da war doch irgendwo der Spiegel, oder? Ja, rechts. Achso. Achja. Ich guck mal vorher noch. Ich guck mal vorher noch. Ist das so eine Katzenfigur? Nee. Okay. Katzenfigur? Das finde ich auch gerade nicht. Ja, hier geht es ja nicht weiter. Oder haben wir hier irgendwas? Nee. Bei Katzenfigur muss ich gerade an Oedipus hier denken. Wo die ihm diese Katzenfigur mitbringt, die er eigentlich schon hat, von einer anderen Farbe. Nee. Passt nur gerade nicht so zum Spiel. Äh. Nur so. Simi. Ja. Dann müssen wir wohl doch wieder zurück. Nee. Da war ja nur die eine. Dingens. Dangens. Oder ist hier doch irgendwo ein Eingang. Oder eine Katzenfigur. Das war die Treppe, wo wir hochgekommen sind. Ja. Deshalb kommen wir da auch nicht mehr runter. Warum nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir ihm erstmal das Gesicht aufsetzen. Vielleicht gibt er uns dann eine Katzen. I'm sorry you had to go through all this. It's time for you to find peace. I'm sorry you had to go through all this. Das ist ja so einfach. Ah, das ist ja so einfach. So einfach. Haha. 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 trotzdem habe ich gerade keine erinnerung an diesen berg oder überhaupt nicht ich auch nicht vielleicht haben wir ganz am anfang irgendwie mal kurz namentlich vor und wir haben das irgendwie nicht so verinnerlicht also bei rt war richtig aber ich habe dich ja 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 zu lassen so und bitte bei der ganzen figur sind wir gerade hier reingekommen ja toll wir werden ihn einmal kurz angucken oder hat die ich habe echt keine ahnung muss ich da leider sagen das ist tatsächlich die geisterspur hier ich denke wir auch ach ja das wohl mussten wir mal gesehen haben da kommen wir ja eh noch nicht dran dann können wir uns kurz noch das hier angucken dann musst du die kugel machen dann kannst du halt dann die maske holen dann klicken wir die statue auch von ihm und dann sterben wir wieder guter plan ja ja bitte alles voll durchgeplant jawoll voll durch von uns polite schon rein und ein v oder negative diese das war mir auch wichtig persönliches anliegen highlight des abends die das erledigt dann um überlegen was haben wir jetzt die rechten zurück die katze holen er genau in die maske aufsetzen die maske holen dann noch mal aufladen und dann durch den spiegel her Dankeschön! 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 Oh nein! Stell dir kurz! Stell dir jetzt durch! Schluck zum Spiegel! Da hast du die Katze! Aber der hat sich gerade aufgelöst irgendwie! Ja! Dann würde ich mich erst gerade nochmal aufladen bis wir wischen Spiegel! Hör mal. Allee. Okay, jetzt sind wir auch in einem ganz anderen Raum. What? Was ist denn da jetzt wieder los? Echt? Tüht sich nicht gut an. Wir haben uns da auch gar nicht umgeguckt, da in dem anderen Raum. Nee. Können wir da nochmal hin zurück? Wir wussten ja auch nicht, dass wir da so reingeschluft werden. Können wir auch nicht mehr zurück. Oh nein, verdammt. Gut, wer läuft denn da oben? Oh, das ist der Typ, ey. Das ist egal. Boah, Controller ist am Vibrieren. Oh! Wie kommt das denn jetzt hier? Ja, super. Oh, verdammt. Ach, wird LB und die Verborgene gefahren sind. Äh, na gut. Muss man ja wissen. Ja, ja. Aber wahrscheinlich sind wir jetzt wieder gerade aus dem, ich schätze, wir sind gerade aus dem Spiegel raus jetzt. Ja, genau. Das heißt, jetzt können wir noch mal ein bisschen gucken hier. Ja. Obwohl ich vermute, es gibt nichts zu sehen. Nee. Nee, okay. Nee, das ist gar nichts. No. Dann drück mal. Da! Da ist er. Der Sack. Da ist er. muss das ganze aus spiel schieben es ist so sie bewegt sich wirklich blöd wenn du aus der hocke nur ein stück zur seite gehen willst stellst du sie sofort aufrecht und geht zwei meter das ist eigentlich nicht mein plan am besten jetzt zeigt hinter diesem kasten stecken ich gehe eigentlich nicht durch natürlich nicht sehr witzig na gut wenigstens wissen wo jetzt die tür abgeschlossen ist das muss man ja alles in erfahrung bringen das wird ja das wird Das ist doch kacke. Oder muss man dann bitte nach hinten rennen? Ja, ja, aber deswegen meine ich ja, man erkennt doch, dass es schlecht ist, wo der gerade ist, ob der mit der Vor- oder schon dahinter ist. Ja, der geht auch einfach da durch. Ich doch alles nicht richtig. Nee. Wir können uns aber auch nirgendwo anders verstecken, oder? Nee, es ist mir gut. Verdammt. Oh, der Schicht. Der ist quasi... Oh, der Schicht. 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 Der Schicht war, glaube ich, gut. Wir hätten es dann nur mal wirklich ducken müssen. Na? Bitte? Spiel ist so laut. Ich sag... Ich sag, aber dass wir da rum sind, war, glaube ich, gut. Wir hätten es nur dann direkt ducken müssen. Dann hätte der uns da nicht gesehen. Kann sein. Komm, wir probieren alles. Ja, sowieso. 25 Mal sterben an einer Stelle. Das ist ja nichts, was für uns neu wäre. What? No. No! Oh, you little girl. Where is she? No... See you, not. No... No... Kann doch nicht wein sein! Ja... Ach, das ist doch echt... Was stand da? Können sie dich hören? Halte. Irgendwas da gedrückt. Was habe ich jetzt wieder nicht gelesen? Ne, das ist... ich auch nicht. Bexy? Nee. Okay, aber wir sterben ja eh nochmal, dann können wir es dann lesen. Ja, genau. Was ein Glück, dass wir nochmal sterben. Das ist total laut, ich kann euch überhaupt nicht mehr verstehen, wenn da der Typ... Ja, der muss uns da ja auch nicht verstehen. Naja, bisschen schon. So. Ist immer noch laut genug. Wo ist er? Ich... Blödi, Juna... Das ist, äh... Weil der stand, auch wenn er dich nicht sehen kann, ne, weil du bist ja in der Hocke, aber dann stand er, da kann er dich trotzdem hören, drücke R um den Atem anzuhalten. Was? Was? No, no! Wow! Ich guck dich in R. Was ist denn hier... R? 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 Tja, clever. Jeder Tod macht uns ein Stück cleverer. No! No! Ich weiß jetzt nicht... Ja, weiter erhalten, ne? Ich würde weggehen, aber okay. Oh, der wird aber schwummrig, oder? Das soll. Geh weg, alter! Zurück kann man nicht die Luft anhalten. Der wird doch jetzt nicht so stehen bleiben, oder? Doch, ich befürchte, der geht nicht weg, bevor wir uns bewegen. Aber... Aber er guckt doch gerade in die andere Richtung. Der geht mal ein Stückchen und dann wieder runter und er... Ich geh jetzt nicht. Doch, doch, mach mal. Sonst stehen wir da in 100 Jahren noch. Ja, aber wenn wir jetzt losgehen, packt der uns. Nee, der ist mit dem Gesicht zur anderen Seite, glaube ich. Ich glaube nicht. Komm schon, mach mal. Mehr als sterben können wir nicht. Ah, jetzt hab ich's erst. Welches R war das jetzt? Hm, 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 hm. Rechter Hebel. Reindrücken. Hm, hm, hm. Ach, wie nett. Das ist aber nett von eben. Danke. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt geht doch wieder auf. Ha, 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 ha. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020